Ah ne, warte mal. Wir reden erstmal. All over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos II. And uh, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, alright. I've been guarding it ever since we brought it back to Tal. I just couldn't bring myself to let go. To tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. My son can't believe I'm the last one. That's crazy. I'm glad you came by. Good to get this over with. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. Yeah, good. That's right. But I can't understand. I've never called it. Yeah? Are you serious about me killing you? No. I'd love to hang around here until I dry up to the size of a rainbow. Simon. This fucking sucks. I don't want to live like this. Should we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever gotten. But what do you think is that the ark is all we have. There is nothing more. There is nothing more. There is nothing more. There is nothing more. You know. This feels right. Simon. I want to die. Sarah. Just think about it. Don't let me go down. Good luck. I know. So, let me go down. Good luck. I know. Offline. 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 Krankenstation in A. Offline. Perfekt. Gott sei Dank ist das da. Das ist das gleiche wie... Oh. Hier ist was anderes. Ja, gut. Ich kenne keinen von euch erst die Namen. Bestimmt kennen wir irgendwen von euch. Ist das nicht seine Frau? Plötzlich geöffnete Dokumente. Fehler. Defekte Daten gefunden. Daten wiederherrschen? Ja, bitte. Das ist ein sehr gutes Programm, muss ich sagen. Sehr gut. Partiell wiederherr erfolgreich. Sehr gut. So. Was haben wir denn? Notfallration. Von Nadine Masters. Wenn sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 befinden lassen, sollten sie mal damit Notfallsituationen überbrücken können. Letzte Suche von Sarah. Ah, ja. Da hat sie geguckt, den Essen. Ernährung. Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose, chromatöse Kollegen mit Infusionen am Leben zu halten. Sarah hat sich auch angeguckt. Veränderungen. Veränderungen nach Bauabschluss. Von Astrid Krier. Methoden zur Platzschaffung für die zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülle gebaut wurde und Delta verlassen hat. Catherine Chan. Mhm. Ja gut. Also. Ich sage mal so. Ich gehe einfach mal davon aus. Ich würde es auch wollen. Was willst du hier noch rumhängen? Hier ist nichts mehr. Überall sind nur Monster. Bist alleine. Ich helfe dir mal. Ich mache das mal für dich. Na jetzt wird es aber ein bisschen viel, was du brauchst. Ich packe schon mal aber mein Zeug ein, ne? Darf ich das? Was? 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 Ich habe eine Geschichte. Ich habe dir gewonnen. Ich habe ihn mit ihm gewonnen. Ich hätte mich zu Hause und in der Stadt. Ich habe es nicht gewonnen. Ich habe es noch nie gehört. Ich habe es in der Stadt. Ich habe ihn mit meinem Freund. Ich habe es in der Stadt. Ich habe mich zu Greenland. Naja, der Komet ist schon ein ziemlicher Baskel. Wie, wenn alle tot sind? Ich liebte Pabels, ich liebte meine Kollegen, Ian, Nick, Jasper, even Katharine. Menschen glaubten sie war wunderschön, weil sie so quiet war. Ah, ja, sie war cool. Simon, sind Sie noch da? Ich bin hier, Sarah. Lass ihn nicht sterben, okay? Schreib ihn da raus. In den Sternen. Sind wir fertig? Ah, ne, jetzt. Oh, ne, das wollte ich nie. Die Blackbox ist nicht aktiv. Wahrscheinlich haben wir einen Weg gefunden, um es auswählen. Gut. Äh. Wiedersehen. Jetzt kann ich ja eigentlich vor Wow angeben, oder? Es gibt nichts mehr außer die Wow. Wow! Wow! Alle tot. Ihr habt den letzten gekillt? Jetzt schalt wieder an. Ja, so funktioniert das. So, hier. Okay. Ach, ne, warte, müssen wir noch... Ja, keine Fracht erkannt, genau. Wollen wir jetzt konfigurieren? Ne, andringen erst mal. Okay. Konfigurieren. Okay. Jetzt direkt los, oder? Die Funktion des Flutmechanismus klingt nicht gut. Der Druckausgleich ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Äh. Ja. Und jetzt? Ah. Ah. Wir machen es einfach mit Gewalt. Jawohl. Perfekt. Siehste? Von wegen unmöglich. Am Arsch. Habe ich mich gekillt? Ne, das war schon überall so, ne? Das war schon... Warum ist er jetzt ohnmächtig geworden? Ist doch ein Roboter. Was ist jetzt passiert? Geht's los? Wir gehen los! Was ist jetzt? Aber sehr langsam. Weg. 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 wenigstens die wollte es ja das finde ich so dass ich rotes licht und jetzt wird sogar schneller ich komme nicht hinterher hallo ja 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 du machst mir du machst mir aber immer kopfschmerzen muss er denn sein hier da war aber glück dass hier zufällig so ein gang ist mit dem glück haben bin ich mir noch nicht ganz so sicher gerade ich bin ich bin ich bin aber ganz schön ganz schön groß irgendwie ja gott danke der erschreckt mich aber auch dass er immer so random spawnen muss hier ist alles schief gegangen alpha sieht auch nicht so frech aus nix 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 wien auch endlich bleibt man hier ja auch das internationale zeichen für frieden rote helft deswegen nehme ich den mit nix die protokolle sieben hätten wir vielleicht noch ein paar level drauf packen soll ja sie Das war so infuriating. Sie mussten ihn nach Alpha, dem Fountainhead der Misere, die wir haben. Die Frau... Sie hat es herausgefunden. Sie hat ihn gehalten. Während sie ihn schriekt. All die Leute... Sie... Sie... Sie haben die Gel aus den Katnissen gemacht, und Sie haben sich in eine schreckliche Schnecke gemacht. Du sagst, dass dieser Toxin in mir in mir die Wilde zu töten? Alle zusammen? Du bist eine Schnecke, Son. Dein Schrecken hat das Herz. Jawoll. Also war ich ja doch nicht so falsch mit Slytherin. 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 Immer bei mir. Wow. Aha. Private Property. Ich soll so switchen hier. Aber warum... War das nicht derselbe Typ, der uns in Theta angegriffen hat? War das nicht derselbe Typ, der uns in Theta angegriffen hat? Aber warum... Spendern? War das nur da? War das nicht? War das nicht? War das nicht? War das nicht? Ah, das haben wir geübt. Das können wir. Oh, wie das aussieht. Ja. Das hat Bock schon. Das ist schon... Ja. Ja, jetzt hat die man nicht so. Du hast schon so viel da rumgefistet. Jetzt, wo kommt denn das Blut her? Hast du ja nicht mal dein Blut? Doch das von dem toten Körper. Oh. Bitte. Ich warst von dem du willst. Du bist gut, Sonnen. Aber du kannst nicht weg. Die einzige Weg, um zu feststellen, dass Wow ist Ich gehe dann mal. Ich habe auch noch einen Termin Hallo? Ich drehe mich nicht um. Ah! Blaue Lichter. Blaues Gött. Das ist der große Goba Fisch. Ich stoche mal in dem Ding so lang rum. Aber müsste der jetzt sich nicht abschalten? Ich habe nur das Ding getötet. Und der große Goba Fisch. Ja, der draußen irgendwo. Aha. Junge. Ist das ein dicker Brudi. Äh. Oh. Ja, guten Tag. Gut, dann laufen wir mal. Ich glaube es hat meine Fährte wieder aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich wo ich safe bin. Oh Gott. Oh Gott. Ohohoho. Warum hat es mich nicht getötet? Aha. Jetzt hat es mich getötet. Nee, es hat mich nicht getötet. Aha. Ich kann aber nicht mehr rennen. Ich kann nichts mehr machen. Ach, jetzt geht es wieder. Nee, ich kann trotzdem nicht rennen. Ja, gut. Äh. Ich humpel mir dann einfach mal vorwärts. Kann ich mich hier heilen? Kann ich mich hier heilen? Ich heile mich gerade. Moment. Kleiner Augenblick. Kleiner Augenblick. Oh. Ich bin nicht da. Ich renne einfach. Scheiße. Ich hab keinen Schirm, ob ich überhaupt richtig renne. Geh weg. Tür geht nicht auf. Okay, okay. Was jetzt? Ich komm hier nirgendwo durch. Ich heiße Dreck. Ich muss da vorne wieder lang beim Fisch. Ah. Mann, sieh auf. Lass mich rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Hä, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Puh. Was ist das hier für ne Station jetzt? Das fein? Schnellstraße zu den Sternen. Aha. Ah ja. Ich hoffe, das Ark hat es hier in einem Stück. Also doch ein bisschen... Komm ich auf den Namen klar? Service Area sieht außer Betrieb aus. Ah, okay. 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 Ich dachte schon, sie meckert, weil... die Ark einfach... allein gelassen hat. Okay. Fahle ist auf und rum. Guckt mir, dass sie fällt? Weiß ich nicht. Ist es gut, dass es auf und rum ist? Ja. Hast du herausgefunden, was mit dem Ark-Team passiert? Nicht wirklich. Für einen Grund haben sie nicht mit dem Lauf. Also haben sie die Ark zurückgebracht. Ich hoffe, dass alles okay ist mit dem Spass-Gun. Ja. Ich glaube, dass ich einen von diesen kann. Standortkarte. Ach du Gott. Das ganze Ding? Okay. Lager. Im Lager blinkt es. Ist das gut? Ich weiß nicht. Da ist eine Signatur von irgendjemandem, der lebt. Das gefällt mir auch nicht. Ein Satellit ist in eine Schelle. Die Schelle ist exceleiert. Das gefällt mit der Leichte. Coeur ist gewahrnehmac andика im Wind-M ja aber da geht es nicht und der transport dieses standort karte genau dasselbe inhalt arche und transport manuelle entladung personalaktivität ja gut da haben sie noch mal alle eingeloggt hier am 7 ausgehend unsignierter besucher von der ungesignierte besuch der archa ein letzter besuch das sind wir oder Was war gerade? Der 11. Mai, oder? Ja, Herber. Lock auf. Woche. Ist hier irgendwas Sinnvolles? So ein Abgeschmack. Alles. Sehr unwichtig. Woche 491. Ematsu. Frank Harman. Währendmesser wird das jetzt ausgesetzt. Nach 10 Jahren einwandfreier Betrieb wird die Omega-Weltraumkanal abgeschreiten. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Du weißt, ich wuchs heute in meinem Bett. Es ist einfach, dass es ein hundert Jahre vorhanden ist. Sieht so wie ein Riedel. Es ist. Ich wuchs heute in meinem Bett, ein hundert Jahre vorhanden. Wer bin ich? Doch, äh... Machst du hier Spaß? Weiß ich nicht. Ich fühle, das ändert sich nochmal. Man kann... Das war doch nicht alles, oder? Kann nicht alles gewesen sein. Warum kletterst du so lange? Ach, wegen deinem Arm. Ja. Ja. Es ist verrückt, zu denken, wo ich bin. Nicht nur ist es der Zukunft, sondern es ist in der Mitte einer Säge. Ich weiß nichts von diesem Zeitpunkt, oder wie der Welt sieht. Nicht viel zu sagen, jetzt. Vor dem Kampf, ich glaube, es war okay. Ja. Better nicht es überlebt. Ich werde mich über die Arche verändern. Wie deinem Arm. Was ist deinem Arm. Langs mehr in dieταν, wo ich den Baumwolle Zeit? Was? 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 Wie? Could you imagine? Oh, okay. Okay, dann kommt, was du zu Hause. Ich bin Verwandeln. Wie? Wie können Sie dasfachen? Wie? 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 Aha. Gucke mal. Man kann sich hier heilen. Na, schau mal einer an. Was sagt mir das wohl? Was sagt mir das wohl?